Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks mit Motality und heute werfen wir einen Blick auf den kommenden Premium Stufe 4 Tank der Briten, den AC1 Sentinel. Sieht schon mal ganz lustig aus, wie oder wo es ihn gibt, weiß ich nicht, was er kosten wird, weiß ich jedenfalls nicht. Wir gucken gleich mal auf die Stats, nachdem ich hier einmal im Kreis gefahren bin, um den mal zu zeigen. Der kommt nicht komplett in HD daher und er bietet 5 Leuten Platz, inklusive Funker. Ja, Standard Premium Fahrzeug, also ihr könnt da jede britische Medium Crew reinhauen und er kommt mit 370 Struktur daher. Das ist genauso viel wie die normale Matilda und die Matilda ist ja ziemlich beliebt auf Stufe 4. Außerdem bietet er fast das gleiche Gewicht, ja, wir kommen hier mit 28 Tonnen an. Die Original Matilda ist ein Tick schwerer, hat aber dafür weniger Motorleistung. Wir haben hier 330 Pferdestärken unter der Haube und sollten damit auf 60,4 kmh kommen. Schafft er nicht. Keine Chance. Ich bin auch schon durchs Gelände mit dem getuckert und auf 60 kommt er eher selten. Die Wendegeschwindigkeit von 40 Grad pro Sekunde ist ziemlich gut, besser als die der Matilda. Dafür kommt er mit weniger Panzerung daher. Wir haben hier 65 mm Turm und Wanne frontal. Das ist ja ungefähr so viel wie die Matilda hat, denn die kommt auf 75, aber die Seitenpanzerung der Wanne ist nicht allzu doll mit 45. Ja, da bietet die Matilda weit mehr. Und der Turm ist ebenfalls 65 und auch hinten 65 mm stark. Also der Turm ist hier wirklich relativ dick. Macht aber nicht allzu viel aus, da auf Stufe 4 doch sehr gerne mal mit HE geschossen wird. So, und dann gucken wir uns hier nochmal ganz kurz die Turm-Drehgeschwindigkeit an. Die ist nämlich mit 44 extrem hoch und auch die Sichtweite von 350 ist für eine Stufe 4 Tank ziemlich gut. Ja, wir können uns nochmal kurz die Kanone angucken, denn das ist ja das wichtigste Ding. Und die kennen wir schon. Das ist nämlich eine mehr oder weniger angepasste Stockkanone von vielen britischen Fahrzeugen. Und die hat hier einen 40 mm Kaliber, eine Feuergeschwindigkeit von 26,09. Also ungefähr alle 1,9 Sekunden könnt ihr schießen, das ist ziemlich viel. Allerdings habt ihr auch nur 88 mm Durchschlag. Das ist echt nicht viel. Der Matilda hat da weit mehr und jeder andere Panzer auf der Stufe hat da weit mehr. Deshalb mit 88 mm werdet ihr nicht weit kommen, das sage ich euch gleich. Mittlerer Schaden, 45, ist ebenfalls nicht viel, aber das macht nichts, weil wir schießen ja alle 2 Sekunden. Also wenn ihr ein leichtes Ziel findet, könnt ihr ihn wirklich in Stücke schießen, innerhalb von wenigen Sekunden, mit wenigen oder vielen Schüssen. Streuung von 0,37 ist okay für eine Stufe 4 Kanone, aber die Zielerfassung von 2,7 ist doch verdammt hoch. Das heißt, ihr schießt schneller, als sich der Kreis schließt. Deswegen empfehle ich hier unbedingt einen verbesserten Richtantrieb und natürlich die verbesserte Lüftung. Denn sonst wird das richtig haarig, der Kreis geht dann immer weiter auseinander, je öfter ihr schießt. Das heißt, er wird ungenauer, je öfter ihr schießt und das ist echt unschön. Aber das werdet ihr auch im Gefecht merken, denn ihr kriegt zwar eine Kanone sehr weit runter, aber ihr seid absolut unpräzise und trefft nicht mal ein Scheunentor. Gut, ich würde sagen, wir werden den Sentinel jetzt einfach mal ins Gelände ausführen. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon mitten in der Schlacht zusammen mit der lieblichen Tigerin und der Nubia in ihren Mathildas Huhu. Hallo. Huhu. In einem Stufe 6 Gefecht. Stufe 6 Gefecht bedeutet natürlich auch, dass wir hier absolut keine Chance haben. Jeder Panzer wird durchschnittlich zwei Schuss für euch brauchen, wenn ihr Glück habt. Ansonsten, Bouncen tut hier absolut nichts, weil 65 Millimeter sind ein Klacks für 6er und 5er Panzer, wenn sie nicht sowieso mit HI schießen. Und, ja, 60 kmh erreichen wir übrigens auch nicht. Niemals, habe ich noch nicht gesehen. Wir können ja mal hier spaßeshalber bergab fahren. Hui. 55, da haben wir die 60 geknackt. Hey, 65 bergab mit Rückenwind, das geht. Ja, und jetzt darfst du wieder hoch. Ja, nö, ich bleib hier unten. Der ist echt nicht schnell, der Panzer. Auf die Straße geht's. Aber auf Gelände ist der richtig, richtig schlecht, das kann ich euch sagen. Gelände schafft ihr nicht mehr als 35. Nie mehr. So. Wir sind völlig nutzlos für dieses Team, weil wir machen 45 Schaden mit jedem Schuss, wenn ihr Glück habt. Und das mit 88 Penn. 88 Penn sind auch nicht viel. Ja, ich sag nur mal, KV1, Stufe 5, 100 Millimeter Panzerung. Ähm, keine Chance, kommen wir nicht durch. Das ist echt übel. Da muss man schon die Seite zeigen. Irgendwie ist hier nix. Ja, Stufe 6 gibt es ja dann auch weit bessere Sachen. Mit Panzerung. KV85. Ich fahr mal ein bisschen vor. Ja, hier, das ist so typisch Gelände. So 25 bis 35 schaffen wir. Je nachdem, ob es gerade ist oder leicht steigt oder sich ein bisschen senkt. Das ist so die Normalgeschwindigkeit von dem. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist eigentlich richtig gut an dem Panzer hier, ist die Garnepression. Guck dich, das ist eine Bikini-Kanone. Wirklich sehr weit nach unten. Das Problem ist, dass ihr mit der Kanone dann einfach nur Schneebälle werft. Weil, guck dich das an. Ja, das ist so range. Wir schießen zwar schnell, machen aber auch wirklich nur 46 Schaden. Und die Einzelzeit ist wirklich horrend hoch. Ich hatte eine Mathilda von uns noch mitgeschossen. Sehr schön. Nubi hatten vernichtet. Wir haben schon 98 Schaden gemacht. Oh man. Diese kleinen Mini-Kniffen von den Briten. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Naja, wenn man mal nicht auf 6er schießen müsste, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, wir haben noch kein einziges Gefecht unter Stufe 5 gehabt. Also, Top-Tier war ich mit dem noch nie. Das scheint wirklich sehr selten zu sein. Geht vielleicht auch daran, dass wir die beiden Mathildas dabei haben. Aber Tier 6 ist echt kein Spaß mit dem, kann ich euch sagen. So, mal gucken, was wir hier so an TDs finden. Haben wir eine Mathilda. Die dürfte mich nicht sehen, außer ich schieße. Weil ich habe eine gute Tarnung. So, Mathilda. Ja, wir können jetzt auf die 2 wechseln. Und noch sind wir anscheinend nicht offen. Ja. Komm, wir da mal til an die Höhe, Gänz, wo ich versuche es hier. Yay, da haben wir mal kurz Schaden gemacht. Weil er mal gerade ausschießt. Aber ihr seht schon, wie lang die Einzelzeit ist. Das heißt, wenn wir schießen würden und das gleichzeitig mit der Einzelzeit, würde der Kreis sich niemals schließen. Weil unsere Schussfrequenz höher ist als die Einzelzeit. So was mag ich überhaupt nicht. Bisher bin ich auch nicht so begeistert von dem Panzer. Aber mal gucken, was wir noch so finden. Vielleicht haben wir hinten noch eine Artillerie oder sowas. Die Mathilda steht da bestimmt nicht umsonst da. Aber ihr seht schon, 35 kmh. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen bergauf. Äh, bergauf. Aber wirklich schnell ist der nicht. Fährt sich irgendwie wie ein Heavy. Muss ich leider sagen. Die Drehgeschwindigkeit ist okay. Die Turbendrehgeschwindigkeit ist hervorragend. Aber der Rest ist nicht wirklich schnell. Bergab geht es mal wieder ein Tick schneller. Aber gut, das kann ein KV5 auch, ne? So, wir haben, sage und schreibe, 145 Schaden gemacht. Können es jetzt hier auf der Panzer-Selbstfaller-Vette 4b nochmal ein bisschen aufpeppen. Aber das war es dann auch. Och, der ging daneben, weil unser Zielkreis halt so ewig braucht. Jetzt mobsen wahrscheinlich noch einer den Kill. Ja. Weil wir so ewig auf dem rumkauen. Ach Gott. So, dann gucken wir mal. In einem Sechser-Gefecht haben wir, sage und schreibe, knappe 200 Schaden gemacht. Ja. Und wir haben 18.000 Credits gemacht. Sehr gut. Ja, 336 Schaden. Das ist in einem Stufe-Sechser-Gefecht ziemlich gut. Und 13 Schüsse haben wir abgegeben. Sieben davon haben getroffen und penetriert. Die meisten sind halt abgeprallt. Und wir haben von den 18.000 auch wirklich fast alles mitnehmen können. Das heißt, die Munition hier ist wirklich sehr, sehr, sehr kostengünstig. Auch die Reparatur ist sehr, sehr kostengünstig. Von den 18.000 können wir meistens auch so 17.000 wieder mit nach Hause nehmen. Das größte Problem an der Sache ist, 18.000 sind echt nichts in dem Spiel, ne? Das heißt, wenn ihr einen Panzer für Credits machen sucht, ist der hier nicht der Richtige. Wenn ihr einen Panzer zur Ausbildung eurer Crew braucht, ist der hier nicht der Richtige. Das ist wirklich ein reiner Sammelpanzer für Britenfans. Und bisher ist das wirklich eine der schlechtesten Premium-Möhren, in die ich je eingestiegen bin. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall nicht zulegen, außer es gibt ihn gratis. Gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem lieben Sentinel AC1, falls ihr ihn irgendwie bekommen könnt. Ansonsten macht's gut. Bis bald. Euer Mu. Tschüss. Hey, im Stuart Bounce. Juhu. Ich hab was gefunden, was an mir gebounced. Oder wahrscheinlich nur einmal. Oh. Ja, Krum will nicht. Ja, Krum will nicht.